So, willkommen bei NNG Realtalk. Heute mal eine ganz andere Szenerie. Das ist das, was wir privat machen. No homo. No homo. Nein, aber wir sitzen gerne oben ohne in der Sauna und philosophieren. Richtig. Also, komm mal. Warum machen wir heute diesen Podcast in der Sauna? Weil wir das Thema Regeneration euch einmal wirklich nahe legen wollen und euch einmal die Vorteile von der Regeneration zeigen. Für mich selber die letzten Wochen, du weißt, wie bei dir, sehr viel Arbeit, auch wenn die Leute denken, wir sind Bürgergeldverdiener und Harzer. Tatsächlich arbeiten wir wahrscheinlich mehr als Leute, die zwölf Stunden am Tag arbeiten, weil für uns gibt es auch keine Wochenende. Oder definitiv. Jeder Tag ist ein Arbeitstag. Genau. Nur wir tun das, was wir lieben. Das ist unsere Arbeit. Das unterscheidet uns. Richtig. Und ich habe halt einen Wissenschaftler letztens zugehört und der hat gesagt, es ist super notwendig, in der heutigen Zeit die Tools zu nutzen, die wir haben. Und eine davon ist Sauna. Jeder sollte jeden Tag. Das ist jeden Tag ein bisschen übertrieben. Ja. Habe ich im Kopf gedacht. Aber er hat das dann erklärt. So, und vielleicht kannst du uns mal erklären, weshalb du in die Sauna gehst. Okay, wir können einfach mal anfangen, wie ich das erste Mal auf Saunagänge gekommen bin. Und zwar hat mir meine Mutter so ein Wellnesswochenende geschenkt, damals noch mit meiner Ex-Freundin. Geil. Und dann sind wir in die Sauna-Landschaft gegangen. Da war ich 18. Und ich sagte ehrlich, ich war geschockt. Weil Deutschland hat eine Saunakultur, wo alles FKK ist. Und das ist am Anfang immer so ein bisschen beängstigend. Richtig. Und das habe ich angefangen, es zu machen. Und inzwischen gehe ich mindestens dreimal die Woche in die Sauna. Auch in die Sauna-Landschaften hin und wieder. Ich bin dann zwar keiner, der seine Eier rumwedelt, aber das mal beiseite. Sauna ist ein super regeneratives Tool. Und vor allem zum Beispiel direkt nach dem Training, wenn ich ein Fitnessstudio... Ich habe mich jetzt extra in ein Fitnessstudio angemeldet, wo ich eine Sauna habe, weil es in meinen Augen das beste regenerative Tool ist, was du haben kannst. Krass. Genau. Heftig. Okay, gut. Das ist, wie gesagt, das ist fast alles, weshalb ich auch in die Sauna gehe. Für mich ist es einfach, dient es zur Entspannung. Ja. Von diesem, sag ich mal, für mich ist mein Leben kein Stress. Für mich einfach, vor allem als, sag ich mal, nicht nur Hochleistungssportler, weil wir trainieren, wir erleben wie Hochleistungssportler, sondern einfach als, sag ich mal, Influencer sag ich ungerne, aber als Coach oder... Sind wir ja aber letztendlich. Richtig. Wir sind Influencer. Und richtige Influencer. Wir versuchen den Menschen nicht irgendwas aufzubrummen, sondern wir leben es einfach hundertprozentig vor mir. Deshalb verstehe ich manchmal auch nicht, warum das immer aus den Leuten so rauskommt, so viel Wut, wo die sagen, ey, warum versucht ihr uns das immer aufzupressen? Weil mir schreiben mittlerweile mehr und mehr Leute negative DMs. Weißt du, es ist nicht nur in den Kommentaren, sondern es ist wirklich jetzt in den DMs. Und ich habe mal so einen schwachen Tag gehabt, da habe ich zurückgeschrieben und da habe ich immer gemerkt, es bringt nichts. Also diese Leute sind so frustriert, da kann man denen gar nicht raushelfen. Das heißt für mich, ich muss einfach weitermachen, was ich tue. Und vor allem muss ich diesen Stress, weil du hast ja, wie gesagt, viele negative Kommentare, du hast viele Leute, die dich anzweifeln, viele Leute, die dich anzweifeln. Jeder hat jeden Tag mit einer Portion Stress zu tun, auch wenn er sehr stressfrei lebt. Bro, ganz kurz dazu. Ich glaube, wir leben in einer Zeit, wo wir noch nie so überladen an Stress waren. Genau. An Außenfaktoren, an Stressverwaltung. Dopamin und Stress. Richtig. Genau. Boah, da sind die simpelsten Sachen. Alleine in der Stadt zu leben ist Stress. Auto zu fahren. Die ganzen Lichter. Hupen. Laute Geräusche. Auf einmal fährt ein lautes Motorrad vorbei. Das sind alle Stressfaktoren, die du dir so gar nicht bewusst bist. Richtig. Dementsprechend ist es wirklich wichtig, auch hier einmal zu entladen, auszuschalten und wirklich zu regenerieren. Und vor allem, was auch interessant ist, durch das Schwitzen verlieren wir ja sehr viele Giftstoffe. Richtig. Also wir entgiften gerade unseren Körper. Richtig. Vor allem für einige Menschen sehr wichtig, die nehmen heutzutage ja nur Müllnahrung zu sich. Ja. Dann kann das hier helfen. Ich würde trotzdem empfehlen, dass du auch für das Fastfood zu essen, aber Sauna kann dir erstmal helfen, ein bisschen zu entgiften. Richtig. Ne, hundertprozentig. Richtig. Nein, hundertmillionprozentig. Und Bruder, für mich ist es einfach nur Stress-Relief. Und ich muss ehrlich sagen, ich habe mir sehr schwer getan, mir die Zeit zu nehmen. Ja. Und daran merkt man immer, wie wenig Zeit man sich für die wirklich wichtigen Sachen macht. Weißt du, weil ich antworte so vielen Menschen, ich schreibe mit so vielen Menschen, ich tue so vielen Menschen am Tag gut. Und dann verpasse ich dreimal die Woche Sauna. Ja. Wo ich eigentlich die Möglichkeit habe, jeden Tag in die Sauna zu gehen. Guck mal, Unterschied. Man sagt ja, mir schreiben viele Männer, ja man will ja auch mal entspannen und eine Shisha rauchen. Was würdest du dieser Person als Tipp geben? Weil die Leute sagen mir, woher soll man das Geld nehmen, vier, fünf Mal die Woche in eine Saunalandschaft zu gehen oder in eine Sauna? Ja, Bro, du hast es ja eigentlich schon beantwortet. Anstatt in Shisha-Bars zu gehen oder in einen Club zu gehen oder abends mit deinen Jungs was essen zu gehen, ihr könnt mit euren Jungs in die Saunalandschaft gehen. Ihr könnt dort auch was Angenehmes trinken tatsächlich, ne? Trinken. Was ja das Ding, Saunalandschaften haben meistens eine Bar, haben meistens sogar eine Gastronomie. Also wenn du Bock hast, kannst du es machen. Bro, das ist nicht teuer. Zwölf Euro kostet ein Abend. Mach es nicht jeden Tag, mach es dreimal die Woche, das sind 36 Euro. Wenn du arbeitest, solltest du dir das auf jeden Fall leisten können. Vor allem, du weißt ja, dass es deinem Körper gut tut. Richtig. Nur in dem Moment merkst du es gar nicht und stattdessen nimmst du lieber das, was dir schnell Glück gibt. Also kurz einen fetten Burgerfetzen und dann eine Pfeife rauchen. Richtig. Das kostet zwar 50 Euro und keine zwölf, aber... Genau. Und danach, du kannst mir... Also weißt du, weil guck mal, ich bin letztens mit meinem John und meinem Neffen, beide sechs, bin ich in den Park gegangen, nachmittags. Ich bin an so einer Shisha-Bar vorbeigegangen und ich habe da so richtig traurige Gestalten in der Shisha-Bar gesehen. Und ich habe mir nur gedacht, ey, krass, schade, es ist 18 Uhr. Die kommen wahrscheinlich von der Arbeit und wollen einfach nur entspannen, weißt du? Und tatsächlich kam ich auch von der Arbeit. Das heißt, aus meinem Büro, verstrahlten Büro, habe voll viele Calls gehabt, habe voll viel Arbeit gehabt und habe dann noch meinen Neffen und meinen Sohn abgeholt, weil ich meinen Neffen versprochen hatte, dass wir eine Einheit machen. Und ich schwöre es dir, hätte ich dieses Commitment nicht gemacht, weil ich hatte schon mein Training absolviert, hätte ich es nicht gemacht. Aber immer wieder zeigen mir diese Wege, die Leute zu extrem finden und zu anstrengend, dass das wahre Entspannung ist. Weil als ich mit den Jungs wiederkam, haben wir alle unsere zehn Runden geballert. Die Jungs haben noch ein bisschen gerutscht und ich konnte noch ein bisschen extra Arbeit machen, ein paar Skills üben. Und ich kam, nach zwei Stunden sind wir an dieser Shisha-Bar vorbeigegangen und die beiden saßen da noch elender als vorher. Noch tiefer in den Handys drin, noch mehr saugend an der Dings und du hast einfach mehr Gläser gesehen. Das heißt, die haben mehr als 50 Euro, 60 Euro ausgegeben für etwas, was denen schadet. Also es ist keine Entspannung. Es hat nichts mit Entspannung zu tun in dem Moment, wenn du deinem Körper aktiv Schaden antust. So, ey, was ist Entspannung? Ihr könnt euch doch irgendwo in der Natur hinsetzen und dieselben Unterhaltungen führen. Normal. Warum sich so dick Tabak mit geschmacksverstärkende Chemie reinziehen, wenn du hier in der Sauna sitzen kannst und dieselben Gespräche führen kannst. Weißt du so? Und diese Möglichkeiten gibt es ja in Deutschland. Ich habe sowieso das Gefühl, diese extremen Bedingungen, also extreme Hitze oder extreme Kälte sorgen für Anpassungen in deinem Körper und du bist auf einmal sehr bewusst. Richtig. Du hast auf einmal viel schönere Gespräche, viel schöneren Gesprächsfluss. Richtig. Und was ich nochmal sagen wollte zu dieser Entspannung in Shisha-Bars und Cafés. Bro, diese Leute gehen da nicht hin, um zu entspannen. Ich war tatsächlich in meinem Leben nur dreimal in Shisha-Bars. Ich habe nie eine Pfeife geraucht, aber ich weiß ganz genau, worum die Leute da hingehen. Männer gehen hin wegen Frauen. Genau. Sehr selten gehen die Leute in solche Bars, um mit ihren Jungs mal wirklich abzuhängen. Frauen gehen hin wegen Männer. Ja, und das Problem ist, du bist am Ende des Tages trotzdem gestresst, weil du dir keine geklärt hast. Aber das war dein größtes Ziel an diesem Tag. Genau. Und so dein Stressabbau hat nicht funktioniert. Am Abend gehst du wie ein Versager nach Hause und jackst sie dann erstmal ein, weil du keine geklärt hast. Bro, ich war auch in meiner Vergangenheit mit Frauen zusammen, die in Shisha-Bar gegangen sind mit mir. Ja, also jetzt nicht oft, drei, viermal wie bei dir. Ja. Und jedes Mal war ein negativ Erlebnis. A, man hat Geld ausgegeben, was man gar nicht eingesehen hat. Alle sind auf Stress aus, ne? Und alle in der Shisha-Bar, boah, ich dachte mir, weil bei mir ist es nochmal immer extrem, weil ich bin zwei Meter groß. Ich bin eine Erscheinung. Das heißt, viele Männer, die sehr unmännlich sind und sozusagen ihre Männlichkeit nach außen hin zeigen wollen, fühlen sich dann von mir bedroht. Ich weiß. Und ich bin wirklich so ein friedlicher Mensch. Ich weiß. Ich bin ein Mensch, wirklich, du kannst, oder sobald du diesen Kreis hier überschreitest, gibt es eine Kombi aus der Hölle. Weil ich respektiere jeden Menschen und ich würde niemals, verstehst du, jemanden aggressiv angehen oder bedrohlich oder beleidigen. Natürlich. Weißt du? Vor allem nicht in dieser heutigen Zeit. Das heißt, ich weiß, ich muss mich wehren, wenn jemand zu nahe kommt, ich habe schon Stich in die Eier bekommen, ich habe Stich in die Eier bekommen. Das heißt, ich vertraue niemanden. Aber, Bruder, ich komme in eine Shisha-Bar rein und ich habe zwei Stunden lang innerlichen Stress. Bruder, oder? Da guckt mich eine Männergruppe an, da, die reden über, so, Leute haben nur negative Energie. Alle sind hart und alle sind cool. Alle sind hart und alle sind cool und alle haben ihre dicken Autos vor der Shisha-Bar geparkt. Weißt du, das ist meine. Schön im Heideverbot und dann laufen sie raus, wenn die Bullen kommen und diskutieren mit denen. Und weißt du? Und es ist einfach, die Energie von solchen Orten ist einfach nicht für mich. Und es ist vielleicht für manche Menschen was, aber ich kann mir einfach nicht vorstellen, dass jemand in den Club geht. Natürlich in dieses mit 18 ahnungslos, ich will mal feiern gehen, aber jeder, der das erste, zweite Mal am Feiern war, so war es bei mir, als ich 17, 18 war. Oder das war einfach nichts für mich. Da war mir zu viel Stress, da waren mir zu viele Schlägereien, da waren mir zu viel von alles. Weißt du? Aber es war nichts Positives. Bruder, wer lernt wirklich die Frau fürs Leben im Club kennenlernen? Bruder, du willst nicht deine Frau des Lebens im Club kennenlernen. Also, Bruder, wir sind ja nochmal eine perfekte Parallele, weil du bist ein Typ gewesen, der wahrscheinlich in seinen jungen Jahren etwas mehr in Clubs war. Und ich habe mich bewusst dafür entschieden, diese Orte zu meiden, weil ich sehr früh erkannt habe, dass es dort nichts Schönes gibt und nichts Gutes. Witzige Story. Tatsächlich war ich in jungen Jahren nicht wie in Clubs. Nein? Erst einmal gar nicht. Deshalb sage ich ja, Bruder, du oder Nechon, ihr erinnert mich so an mich. Das Problem ist, wenn du dein Leben lang alleine bist und du andere Köpfe um dich herum hast, die nicht so ticken wie du, dann bist du irgendwann wie die Leute um dich herum. Das ist dein Umfeld. Genau, es gibt so eine Geschichte von so einem Adler, habe ich letztens gehört. Es wurde ein Ei gefunden. Dieser Ei war von einem, diesem Bald Eagle, amerikanischer Adler, ein Riesenadler. Ein Bauer hat dieses Ei gefunden und zu seinen Hühnereiern gepackt. Was ist passiert? Das Ei ist geschlüpft und dieser Adler hat mit den Hühnern gelebt. Und er wurde zum kleinen Hühnchen, ne? Genau. Und irgendwann hat er einen Adler gesehen, der rumgeschweift ist. Bro, denkst du, der hat sich irgendwas mit ihm verbinden können? Gar nicht. Dieser Adler war ein Hühnchen. Den Rest seines Lebens. Weil sein Umfeld Hühner war. Hört sich sehr lustig an, aber es stimmt halt einfach. Ja, und es gibt viele Löwen, es gibt viele Adler, es gibt viele starke Personen da draußen, die mit schwachen Personen sind und deshalb da unten sind. Deshalb bin ich immer so hart mit den Versagern, weil ich weiß, ich erreiche richtige Motherfucker, die sagen, ey, weißt du was? Coach Aaron hat recht. Der Typ hat vollkommen recht. Ich werde jetzt mein Leben ändern. Ich scheiß drauf, Digga. Scheiß auf mein Umfeld. Wen bist du was schuldig? Das frage ich mich. Wen bist du was schuldig? Broder, das Ding ist, du musst dir eine Sache immer bewusst sein. Vor allem in deinem Umfeld. Wenn du mit Leuten hängst, die unter deinem Niveau sozusagen sind, die weniger Ambitionen haben als du, im schlimmsten Falle werden sie dich runterbekommen. Weil wenn sie von sich aus nicht wachsen möchten, du wirst dich nicht hochziehen können. Das Einzige, was passieren wird auf Dauer, du wirst dich auf das Niveau von denen herablassen. Genau. Immer. Weil du musst dir vorstellen, das ist eine große Demütigung für diese Person. Sagen wir mal, die Person kennt dich, seitdem du 15 bist. Ihr seid drei, vier Jahre zusammen am Chillen, zusammen am Durchziehen. Und plötzlich machst du die großen Sprünge. Genau. Weil er bleibt da stehen, wo er stehen bleibt. Das ist eine Demütigung. Das heißt, entweder wird er versuchen, sich den Arsch aufzureißen und hinterher zu kommen. Das schaffen die meisten aber nicht. Deswegen versuchen sie, dich wieder nach hinten zu ziehen. Um sich gut zu fühlen, Bro. Um sich gut zu fühlen, Bro. Bro, ein guter Kampfsportler, ne? Der in einem Kampfstudio ist, wo ein niedriges Level ist, wird nie sein Potenzial erreichen. Nein. Ein guter Fußballer, der immer in der Kreisliga rumdabbelt, wird nie sein Potenzial erreich. Deshalb sage ich den Jugendlichen, geh zum besten Club und sei einer der schlechtesten, damit du einer der Besten werden kannst. Das ist der einzigste Weg. Erstmal, wir sind rausgegangen, haben gegroundet, haben uns in der Luft kalt gebadet, sozusagen. Kleine Pause. Was machen diese Gänge? Warum sind Gänge für dich wichtig? Also im Allgemeinen, du kannst eigentlich einfach 30 Minuten lang in der finnischen Sauna bei fast 100 Grad rumsitzen. Du musst hin und wieder einfach raus und abkühlen. Das ist sehr wichtig. Tatsächlich habe ich mir Boran erzählt, wenn man zum Beispiel in die finnische Sauna geht. Vier Gänge auf 15 Minuten. Und dazwischen geht man immer nur kurz raus und lässt sich abkühlen ohne Wasser. Das soll man anscheinend für einen massiven Wachstumshormonanstieg sorgen. Das heißt, dieses Kaltduschen direkt nach, immer wieder, immer wieder, ist nicht das Optimale. Wenn es um Wachstumshormone geht. Nur wenn es um Wachstumshormone geht. Also im Allgemeinen, ich bin ein großer Fan davon, was ich sehr gerne mache, wenn ich in die Sauna gehe. Ich mache erstmal einen Gang in der Landschaft, hole mir einen Birkenaufguss oder so ab. Weil man sitzt da 15 Minuten und bin komplett durchgeschwitzt. Dann gehe ich 5 Minuten in ein richtig kühles Eisbad. Eisbaden hat ja auch sehr viele gesundheitliche Vorteile für uns. Darauf können wir gleich wieder zurückkommen. Und dann, wenn ich 5 Minuten im Eisbad war, das ist wie ein Cheatcoat in der Sauna. Weil wenn wir hier nach 2 Minuten anfangen zu schwitzen, nach einem Eisbad fängst du erst nach 10, 15 Minuten an zu schwitzen. Ja? Ja, 100%. Und dann gehe ich nach dem Eisbad in die finnische Sauna. Und statt 15 Minuten schaffe ich dann tatsächlich 30 am Stück. Und ich mache das gerne. Warum mache ich das auch? Ich sage dir ehrlich, für mich geht es auch um Wohlbefinden zum Teil. Ich finde, so ein Eisbad fühlt sich einfach super gut an. Weil es ist ja bewiesen, dass wir dadurch Dopaminanstieg bekommen. Endorphine werden ausgestoßen. Das sind ja alles Glückshormone, die uns gut fühlen lassen. Unser Braunfett wird erhöht und wir haben einen besseren Metabolismus. Du hast durch Eisbaden, hast du denselben Dopaminanstieg wie von Kokain. Ja. Also Kokain gibt dir denselben Dopaminanstieg. Ich glaube, wir hatten damals schon ein virales Ding darüber, wo Leute sich wirklich aufgeregt haben, weißt du so. Aber es sind Fakten. Jetzt werden auch viele in den Kommentaren schreiben, bei diesem Real-Roh-Eisbaden besser oder nicht. Weißt du, die kommen doch jetzt immer mit diesem Roh davor. Aber ich feiere das, wir sind jetzt die Roh-Experten. Genau, ich feiere das, weißt du so. Wir gehen roh in die Sauna. Was trinke ich jetzt hier gerade? Also ich bin jetzt gerade so knapp bei 24 Stunden Fasten und werde tatsächlich bis morgen fasten, weil ich einfach merke, ich muss entgiften. Und um zu entgiften, trinke ich Zitronenwasser. Warum ist das so gut? Vor allem für die Leber. Also was das jetzt mit der Leber macht, bin ich dir ehrlich, sagt mir jetzt gerade nichts. Aber was ich sagen kann, vor allem für die Sauna-Gänge, Elektrolytwasser sehr wichtig. Weil wir stoßen sehr viele Giftstoffe zwar aus mit dem Schwitzen, aber auch sehr viele Elektrolyte. Und Wasser alleine hydriert dich nicht, wenn nicht die Elektrolyte wieder aufgefüllt werden. Dementsprechend macht mehr Salz ins Wasser, Zitrone ins Wasser rein. Limette geht natürlich auch. Kokosnusswasser zu trinken, macht auch sehr viel Sinn. Limette ist ja die originale Zitrone. Das sagt Mr. Raw immer. Nee, aber das sorgt für gewisse Stoffwechselprozesse, weißt du? Vor allem mit der Leber. Deshalb ist es ja gut, morgen muss ein Glas Zitrone Wasser zu trinken. Und guck mal, siehst du, wir sind vielleicht alle Experten auf irgendeinem Gebiet, aber nicht jeder weiß alles. Zum Beispiel, ich wusste das nicht. Und du hast gerade mein Wissen erweitert. Du erweiterst ja auch mein Wissen andauernd. Das meine ich ja. Deshalb, ich selber weiß das halt durch Leute wie Sandra, weißt du? Und wir lernen ja immer wieder so. Deshalb finde ich es immer so witzig, dass Leute einen Titel verlangen oder was habt ihr studiert, dass sie überhaupt so reden könnten. Es ist einfach so, Bro, wir haben mit, ich spreche mit Ärzten, mit Ernährungsspezialisten. Jetzt scheiß mal da drauf, man muss auch einfach dem bewusst sein, dass zum Beispiel ein Arzt meistens tatsächlich kaum Ahnung von Ernährung hat. Nein, kaum. Das hat uns ja zum Beispiel Fabian erklärt. Die haben nur vier Stunden im ganzen Studium. Im ganzen Semester. Die haben kaum Ernährungswissenschaften. Also Fachwissen über Ernährung. Das musst du dir selber beibringen. Vier Stunden im ganzen Studium. Nicht im Semester. Genau. Ja, siehst du? Im ganzen Studium. Das ist ja nichts. Und was ich mir halt dabei denke, vor allem Ernährung, es ist eigentlich gar nicht mal schwer, seine Ernährung umzupäppeln. Weil wir müssen einfach nur gucken, was der Mensch über mehrere tausende Jahre gemacht hat. Digga, es ist so simpel. Es ist super logisch. Und Leute tun ja immer noch, als wären wir verrückt, weil wir sagen, wir möchten nichts hochverarbeitetes Essen. Bro, das ist ein Arzt. Was soll man denn aber noch essen dann? Was soll man denn essen? Dann darf ich ja nichts. Diese Angstmacherei. Hör ich immer. Gefährliches Halbwissen. Ja, ihr macht den Leuten Angst und ihr macht Essstörungen. Essstörungen. Bro, ich finde, es ist eine Essstörung, jeden Tag Kalorien zu tracken, zu schauen, dass man noch genügend dreckiges Essen essen kann. Aber nicht... Das ist sowas von gestört. Nein, das ist sowas von gestört. Cheat Days. Ein Cheat Day einzubauen und danach wieder clean zu bleiben. Das, ich finde, das darf, musst du deine Disziplin viel mehr fordern. Ja. Weißt du? Als... Weil du kennst es selber. Wir haben zwar keine Cheat Days, aber wir haben mal Kohlenhydratentage. Ja. Wo wir einfach ein bisschen mehr Kohlenhydrat... Ein bisschen Sauerteigbrot mit Honig, Butter. Wir haben dann Tage, wo wir ein bisschen mehr... Und danach, am nächsten Tag, nicht auf das Sauerteigbrot zu greifen, ist schwieriger als davor. Boah. Richtig. Und guck mal, das checken die Leute nicht. Du musst einmal alles sein lassen und dann ist es doch einfach. Leute schreiben mir ernsthaft, aber Bro, wie kannst du ohne Döner? Ohne Döner? Digga, wir essen jeden Tag Rib-Eye-Steaks. Bro, wir essen Zebra-Fleisch. Wir haben uns Zebra-Fleisch bestellt. Bison-Steaks, Strauß-Filet. Strauß-Filet, Kängurufleisch haben wir hier, verdammte Scheiße. Wir wollen dir nicht zu viel verraten, aber das kommt jetzt in den nächsten Kochsendungen. Wir essen hochqualitative Nahrung. Also wirklich hochqualitative und ihr isst lieber Gammelfleisch an der Ecke vom Döner, Mann. Und ich sage nicht, dass jeder Döner Gammelfleisch hat. Es gibt wirklich exzellente Döner, die wirklich gutes Kalbfleisch haben. Aber Bro, Brot, Zucker, Soßen, Zucker, Gemüse, ist das 100% D-Meter-Gemüse? Nein. Das ist das Gammelgemüse von Gammelgemüse. Aber Bro, weißt du, was ich jetzt überlege? Warum zeigen wir den Leuten nicht, dass man das auch in gesunder Variante macht? Oder ich will so einen Döner machen. Du kannst einen gesunden Döner machen. Du brauchst nur qualitatives Fleisch, vielleicht einen Rumsteak in ganz dünne Scheiben schneiden. Wir machen ein leckeres Sauerteigbrot. Bro, eine selbstgemachte Soße. Wir wollen ja, das Ding ist, wir sind ja, viele wissen gar nicht, wir sind gerade an einem Ort, um wirklich alles abzudrehen. Und ich glaube, einer der Pläne war es, dass Silvi und Sheila Sauerteigbrot machen, aber auch Sauerflatenbrot. Also das heißt, dass wir wirklich meinen eigenen Döner machen können. Und das ist so, ich stelle mir meinen Döner ganz anders vor. Ich hole mir dann richtig schön Steaks und schneide das in Hauchdünnscheiben, weißt du? Hauchdünnscheiben und brutzele das dann in G-Butter an. So, das ist so diese, verstehst du? Du weißt, was ich meine, Alter, lass mich in Ruhe. Was wollt ihr mir von Essen erzählen? Lieber gehst du und isst für sieben Euro einen Döner anstatt ein Steak, ein Steak. 300 Gramm. Was zahlen wir da? 17 Euro? 18 Euro für richtig hochqualitatives Fleisch? Bro, ich zahle zum Beispiel für 500 Gramm Ribbeye zahle ich ungefähr einen Zwanni. D-Meter Qualität Weidehaltung. Gut, dann hast du fünf Döner mindestens. Was kommt zu 100 Gramm Fleisch, denke ich mal, dein Döner, oder? Oder vielleicht ein bisschen mehr. Ein bisschen mehr. Sagen wir mal, wir haben drei Döner. Okay? Drei Döner. Dann holst du einen D-Meter Salatkopf. Dann holst du D-Meter Tomaten. Das sind alles insgesamt nochmal, es ist ja nur ein, nein, das ist ja für den Döner brauchst du nicht viel. Lass es 30 Euro mit Gemüse und alles sein und dann machst du dir eine eigene Soße. Es gibt so viele Varianten, haben die auch immer wieder gemacht. Boom. Das heißt, wir sind ungefähr bei 35 Euro für drei Personen. Und ja, 35 Euro für drei Personen Döner, wer kann sich das leisten? Bro, lieber esse ich einmal im Monat hochqualitativen Döner und statt jeden Tag an der Ecke mir mein Gammelfleisch abzuholen. Oder nein, das ist die höchste Form von Selbstrespekt. Wir sind ja hier eigentlich, um die Leute zu verbessern. Deswegen ist viele Leute nehmen das immer auf, als ob wir sie kritisieren wollen. Und du musst halt einfach mal ehrlich mit dir selber sein und realisieren, was du tust. Weil offen und ehrlich hast du keinen Selbstrespekt mit dir, denn du führst deinem Körper jeden Tag Müllnahrung zu dir. Du schadest deinem Körper aktiv, du führst ihm Antinärstoffe hinzu, Transfette, die dein Körper schlecht abbauen kann, die noch in Monaten in deinem Körper vorhanden sein werden und deine Arterien verstopfen werden. Also warum nicht sofort auf die qualitativen Sachen umsteigen? Weil das ist wirklich sich selber was gönnen. Genauso wie wir uns gerade was mit der Sauna gönnen. Wir sorgen dafür, dass unser Körper maximal gesund ist. Und das ist doch das Höchste, was du in diesem Leben erreichen kannst. Genau. Nein, sehe ich hundertprozentig auch so. Es geht nur um Selbstrespekt, Selbstliebe in diesem Leben für jede einzelne Person. Und wenn du glaubst, es geht um was anderes, dann hast du deine Prioritäten falsch besetzt. Weil als allererstes bist du wichtig. Verstehst du? Weil wenn du dich um deinen Scheiß kümmerst, dann kannst du dich um deine Familie zu hundert Prozent kümmern. Dann kannst du einen Stein, weil guck mal, ein Mann, der muss stabil für seine Familie sein. Der muss jede Trauerwelle, jede Tragödie entgegnen wie ein Fels und alle umarmen können. Verstehst du? Aber es können die meisten nicht. Die meisten gehen, meine Mutter, die drehen direkt durch. Dann hast du die Kinder und psychisch labilen Vater oder labile Mutter, weil etwas passiert, was immer in der Geschichte passiert, nämlich jemand ist gestorben. Es wird immer passieren. Wir werden alle sterben. Und das sehe ich in unserer Gesellschaft, wo wir wirklich nur noch falsche Männlichkeit haben. Frauen sind männlicher als Männer, weil sie in die Rolle rein müssen. Geben sich männlicher. Genau, geben sich, aber sind auch teilweise männlicher, weil sie einfach in diese Energie gezogen werden. Es ist schwierig für eine Frau, Weiblichkeit auszustrahlen, wenn es keine Männer um sie herum gibt, die sie in ihre Weiblichkeit zurückbringen oder weisen. Verschüsst du sagen will, ich kenne es von meiner Frau. Als ich sie kennengelernt habe, musste ich sie erst mal, Schatz, alles gut. Lass uns entspannt. Weißt du, meine so, let's do it like this. Komm, wir sind Partner. Verschüsst du sagen will, lass mich dich in der Sache entlassen und du entlassest mich in der Sache. Und schon haben wir unseren Flow. Das macht meine Partnerschaft zu Sheila, finde ich, so einzigartig. Und ich rede nur von meinem Stern, von meinem Universum. Weißt du, ist, weil wir uns perfekt ergänzen in allen Sachen. Weißt du, und sie niemals eine Last, die ein Mann tragen müsste, tragen muss. Nie im Leben. Wenn ich das so mache. Sehr, sehr vernünftig, Bro. So muss das auch in meinen Augen sein tatsächlich. Hast du wirklich gut gesagt. Und dann haben wir Männer dann, betrügen sie ihre Frauen. Weißt du, und dann reden sie schlecht über ihre Frauen bei Kollegen. Weißt du, Bro, das ist ein sehr, sehr schwacher Mann, welcher fremd geht. Aber kennst du, guck mal, für mich ist, weißt du, was für mich fremd gehen ist? Boah, die Alte nervt mich. Ich schwöre es. Die geht mir auf den Sack. Das für mich ist schon, ich habe meine Frau betrogen. Und jede andere hier, ich weiß, in den Kommentaren, wenn die jetzt durchdrehen, was, was du jetzt übertreibst, so. Nein, Bro, das ist meine Partnerin. Ich rede mit niemandem über die Fehler meiner Frau. Außer mit ihr. Außer mit ihr. Ja. Und mit Gott. Und das war's. Verstehst du, und genau dasselbe verlange ich von meiner Frau oder besser gesagt, genau dasselbe wird sie machen, weil ich es ausstrahle. Kommunikation. Kommunikation. Und das ist einfach verloren gegangen in der heutigen Zeit. Weißt du, du hast irgendwelche Weiber, die reden mit ihren anderen Weiberfreundinnen über ihren Mann. Oder das ist absolut schlimm, was Frauen teilweise miteinander bequatschen. Nein, weil die programmieren, du programmierst deine Freundin. Also guck mal jetzt, ich rede jetzt mit dir schlecht über Schieler. Ich sag, Alter, die ist so unordentlich, sie ist das, sie ist dies, sie ist das. Was passiert auf einmal in deinem Kopf? Oder ich denke, schlecht über Schieler. Genau. Du verstärkst das Gefühl, ich werde dein Gefühl nochmal verstärken. Das heißt, du bist parteiisch. Verstehst du, es kann im Umfeld nicht mal gemütlich mehr sein für meine Frau. Und sie weiß es nicht mehr. Sie denkt, warum kriege ich solche Vibes? Andersrum genau die Frau. Ich habe mich gestritten, er ist so ein Schwein. Oh mein Gott, so ein Schwein. Weißt du? Und jetzt hat sie sich mit ihm vertragen. Aber die Freundin ist immer noch auf dieser negativen Energie. Verstehst du? Und du denkst dir, was ist das denn für eine Kachpa? Warum ist sie so komisch? Jetzt passiert es, die Frau hat sich mit dem Mann vertragen, geht wieder zur Frau, wo sie immer nur negativ ablehnt und sie redet negativ. Und holt sie wieder in das Feld der Negativität. Das heißt, du hast einen Kreislauf kreiert, wo du nicht mehr rauskommst als Frau. Allgemein, Leute reden mit zu vielen Leuten, die solche Sachen gar nicht angehen. Und ich sage immer, misery loves company. Das bedeutet, Bruder, angenommen, du hast einen Freundeskreis und das sind wirklich nicht die engsten Leute. Du weißt, dass das nicht rational denkende Personen sind. Im Zweifelsfall werden sie immer dafür sorgen, dass es dir genauso kacke geht wie ihnen. Das bedeutet, Bruder, du hast Stress mit deiner Freundin. Deine Freundin redet mit ihren Freundinnen. Ihre Freundin hat nicht so einen hirten Mann wie du. Weißt du? Was wird sie machen? Ah, er ist nicht richtig für dich. Guck mal, das und das macht mein Freund. Richtig. Die reden aus ihren eigenen mietigen Erfahrungen. Bruder, die wissen selber, was du für ein Typ bist. Genau, richtig. Misery loves company, die werden dich immer runterziehen. Man will nicht alleine leiden. Man will nicht alleine leiden. Nein, das habe ich auch gesehen. Guck mal ganz kurz. Leute waren traurig, als ich entlassen worden bin. Glücklich, dass ich entlassen worden bin. Aber traurig wurde, ich will dich so vermissen. Willst du nicht alleine hier sein im Knast? Du Schwein. Oder warum willst du mich vermissen? Alter, ich bin raus. Wie, du wirst mich vermissen. Was ist denn das überhaupt? Bro, weißt du, was ich meine? Bruder, wie oft habe ich das gesehen? Digga, wir sind so, wir wollen alle gemeinsam leiden, anstatt uns um uns selber zu kümmern und dafür zu sorgen, dass wir selber besser werden. Dass wir unsere beste Version werden, damit wir die Leute um uns herum besser machen können. Weißt du, es ist heutzutage andersrum. Die Leute besudeln sich in ihrem Leid und wollen, dass die anderen mit ihnen leiden. Alle wollen mit Leid, Bro. Ich will ein Leid-Kompagnon haben. Komm, lass uns heute einen trinken. Ich brauche das. Kennst du das? Ich brauche das heute. Wir trinken uns, wir sauf uns lieber, scheiße, meine Frau, mein Mann, das ist unsere Community. Und da müssen wir rauskommen, Bro. Bro, guck mal, ich möchte auch nur eine Sache sagen. Ich weiß, sehr viele Leute hören nicht gerne auf das, was ich sage, vor allem wegen meinem Alter. Ja. Oder die nehmen das nicht gerne an, weil ich relativ jung bin. Aber ich muss sagen, eine Lektion, die ich für mich sehr früh begriffen habe, ist, dass ich an meinem Scheitern, also für mein Scheitern bin ich selber verantwortlich und auch für meinen Erfolg. Das bedeutet, ich versuche nicht, Mitleid von anderen Personen zu bekommen. Ich versuche nicht, die Fehler an anderen Menschen zu suchen, sondern ich weiß, immer wenn etwas schief in meinem Leben läuft, dann habe ich irgendwo eine falsche Entscheidung getroffen und die muss ich in Zukunft verbessern. Auch andersherum, wenn es in meinem Leben sehr gut geht, dann weiß ich, ich tue genau das Richtige und wir müssen unsere Fehler immer bei uns selber suchen. Richtig. Bro, es ist immer einfach zu sagen, ah fuck, irgendwie, ich nehme nicht ab, meine Freunde wollen aber so oft mit mir draußen essen und ich muss einfach mit denen auch manchmal chillen. Ich kann nicht auch hören, die Retten zu rauchen. Alle um mich rauchen. Wie oft habe ich das gehört? Und das ist nur, das ist nur die simpelste Stufe. Es geht eigentlich noch viel tiefer. Viel tiefer. Weil wenn du ganz tief reindenkst, Bro, selbst Sachen, wo wir denken, wir sind nicht verantwortlich für, Bro, doch, du bist verantwortlich dafür. Weil in erster Linie musst du dich fragen, warum hängst du mit solchen Leuten um, die nicht dieselben Ambitionen haben wie du? So, da fängt es schon an. Wirst du um ein Uhr nachts überfallen? Warum bist du um ein Uhr nachts draußen? Warum bist du um ein Uhr nachts draußen? Warum bist du genau hier? Wenn es nicht deine Arbeit ist. Manche Leute haben Nachtschicht dumm gelaufen. Pech gehabt. Okay? Passiert. Aber wenn du einen normalen Job, warum bist du um ein Uhr nachts draußen? Es passiert nichts Gutes um ein Uhr nachts. Ein Uhr nachts sind nur die Versager draußen meistens. Nee, ein Uhr nachts sind freiwillig nur die Versager draußen. Sehe ich auch so. Alkoholisierte Menschen und Menschen, die Drogen nehmen. Bro, es gibt um ein Uhr nachts nichts Schönes draußen und ich habe zum Glück auch durch dich tatsächlich gelernt, der frühe Vogel fängt wirklich den Wurm. Je früher du aufstehst, umso mehr kriegst du am Tag geschissen, Bruder. Abends gibt es eh nichts. Abends bin ich nicht produktiv. Das heißt, um 23 Uhr, ich bin schlafen und spätestens um 7 Uhr bin ich aus den Fehlern und arbeite an mir. Und Bruder, das sind so realistische Zeiten, Digga, 7 Uhr aufstehen. Keiner sagt zu euch, wie Coach Aaron, ich stehe um 3.33 Uhr auf. Nein. Also keiner sagt das. Find deinen eigenen Rhythmus, Bro. Du musst wissen, wie du am besten funktionierst. Ich persönlich, ich merke, wenn ich es übertreibe und um 5 Uhr aufstehen will, Bruder, das ist kontraproduktiv für mich. Ich brauche meinen Schlaf. 7 Uhr ist perfekt, um 7 Uhr, ich bin immer noch früh genug dran, um bis 9 Uhr meine Trainings durchzuhaben, eventuell schon Videos geschnitten zu haben. Bro, das ist doch Luxus. Richtig. Was willst du mehr? So Leute, bevor wir in Unmacht fallen, werden wir uns verabschieden und werden uns jetzt kalt abduschen und dann, ja, gucken wir mal. Wir gehen gleich live. Wir haben so viele Sachen zu tun, Leute. Wichtig, guck mal, hört auf, über andere Menschen zu urteilen. Macht euch kein Urteil. Genau, dampft mal rein da. In dem Sinne, ciao. Perfekt. Aber wie gesagt, hört auf, andere Menschen zu verurteilen. Achtet auf eure eigenen Schritte und glaube mir, es wird euch besser gehen. Macht weiter, macht weiter, bis es weg ist. Oh shit. Wir gehen nochmal richtig rein da. Auf jeden Fall, Leute, Kopf auf den Schultern, achtet auf eure Schritte, hört auf, andere für euren Versagen verantwortlich zu machen. Du kannst alles schaffen, was du willst. Du musst nur aus deinen Versagen rauskommen, aus deinen Ausreden. Lass fucking Geld. Und geht in die Zone mit Coach Andy und Coach Aaron. Ja, boi. was ich liebe. Vielen Dank.